Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Powers Gold Lady. Heute bin ich geschmacklich in Irland, genauer gesagt im Süden der grünen Insel, bei der Brennerei Middleton und verkoste einen Whisky, deren Marke, die nennt sich Powers. Ich habe hier schon einen im Video verkostet und zwar den Powers mit 12 Jahren. Der trägt den Beinamen Johns Lane. Habe ich ein Video zu online, der hat mir ziemlich gut gefallen und ich finde auch 2023 ist es immer noch so ein Whisky, der ziemlich geil ist, aber unter dem Radar fliegt. Klar ist auch der ein bisschen teurer geworden wie alle anderen Whiskys auf der Welt, die es so gibt, aber ja, guckt euch mal das Video an, schöner Whisky. Im Sortiment geht es bei der Marke los mit dem sogenannten Gold Label und jetzt guckt euch die Flasche an, sie steht neben mir, welche Farben findest du auf dem Etikett? Gold, ja, also da sehe ich kein Gold, aber gut. Irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Und der stellt quasi so den Einstieg in das Sortiment von Powers dar. Es gibt noch eine Abfüllung, die habe ich als ich vor Ort war in der Brennerei 2022, gibt es auch ein Video hier, Petalk in Irland. Die habe ich dort im Besucherzentrum stehen sehen. Die war so hellblau abgesetzt vom Etikett, da waren drei Schwalben drauf. Den gab es damals, als ich drüben war, nur in United Kingdom, glaube ich. Aber mittlerweile kriegst du ihn auch in Deutschland, aber ich wollte mal den Standard probieren. Die Brot- und Butterflasche, so rum. Und den Gold Label hier, ich muss aufpassen, dass ich nicht Red Label sage, weil ich bin von der Farbe echt so ein bisschen voreingenommen. Den gibt es tatsächlich in zwei verschiedenen Varianten. Und zwar mit 40 Volumenprozenten, da kostet er einen Zwanni. Und es gibt ihn mit 43,2 Volumenprozenten. Und da kostet er 25 Euro. Und ich bin ein Freund davon, wenn Whisky ein bisschen mehr Umdrehung hat. Ich habe die 5 Euro mehr auf den Tisch gepackt und habe jetzt den mit 43,2 Volumenprozenten da. Und das Schöne an der Sache ist, er ist nicht kühlfiltriert. Also auf diesen Produktionsschritt haben sie dort beim Mittelton gepfiffen. Denn im Regelfall bei so Whiskys mit niedrigen Alkoholgehalten unter 46 Volumenprozenten kühlt man die Whiskys vor Ort, bevor sie abgefüllt werden, ab auf 0 bis 5 Grad. Durch die Kälte fangen gewisse Stoffe im Whisky an, trüb zu werden und auszuflocken. Man drückt den Whisky dann durch einen Papierfilter und nimmt eben diese Schwebstoffe raus. Hat halt den Vorteil, wenn du den später on the rocks, sprich auf Eis genießen solltest, bleibt der Whisky im Glas klar. Trüb nicht mehr ein. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass wenn du da Schwebstoffe rausfilterst, nimmst du dem Whisky halt auch irgendwas. Ich finde schon, dass diese Schwebeteilchen auch Aromenträger sind. Und ich favorisiere pauschal einen Whisky, der nicht kühlfiltriert ist. Von daher vielen Dank, dass ihr hier drauf gepfiffen habt. Aber er ist wohl gefärbt. Ich werde ihn jetzt mal probieren. Ich bin sehr gespannt. Mittelton eine riesengroße Brennerei, die ja unter ihrem Dach extrem viele Marken vereint. Die wohl bekannteste ist Jameson. Das wird dort produziert. Aber auch Redbreast oder Greenspot, Yellowspot und wie sie sich alle nennen. Jetzt machen wir mal der Power's Gold Label mit dem roten Etikett. Nice. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen so ein Sound-Fetischist. Es ist nicht nur Riechen und Verkosten, es ist auch Hören. Judi. Also, Traditional Irish Whisky bei Mittelton wird sowohl Single Malt Whisky produziert aus gemälzter Gerste, aber auch Single Pot Still Whisky aus gemälzter und ungemälzter Gerste und Single Grain Whiskys industriell auf einer Kolonne aus verschiedenen Getreidesorten. Ich würde jetzt mal sagen, hier ist alles davon drin. Wie alt? Keine Ahnung, steht nicht drauf. In was für Fässer greift? Keine Ahnung, steht nicht drauf. Ich würde jetzt mal sagen, Ex-Bourbon Fass. Reine Bourbon Fass Reifung. Ich meine, in der Preisklasse, ich denke nicht, dass sie da Sherry Fässer reinmachen. Die hat, glaube ich, der John Slane drinne mit zwölf Jahren, aber der kostet deutlich mehr. Triple Distilled, dreifach destilliert, milder Spirit, später milder Whisky, auch über die Fass Reifung. Es ist eine ganz milde und einfache Geschichte. Aber qualitativ schon nicht mehr zu vergleichen mit dem Jameson, der ein paar Euro weniger kostet, ne? Weil der geht für mich pur gar nicht klar. Bei dem habe ich immer das Empfinden, wenn ich da reinriche. Oh, bitter und stumpf und herb. Mit Ginger Ale geht das Ganze dann. Aber der, da macht so kein Ginger Ale rein. Sehr mild, sehr leicht. Klar riechst du auch hier, dass es ein Blend ist. Du hast diese kernige, gebündelte Getreidearomatik, definitiv. Aber nicht störend und vor allem nicht so pappig und stumpf, wie du es halt oft hast bei Blends. Ich finde das ganz angenehm. Es ist halt ein milder und einfacher. Hast eine leichte Süße, die geht für mich so in die Richtung Puderzucker. Eine Müheiche, die trocken ausfällt. Und eine gewisse Frucht, aber die liegt da so brachial im Hintergrund. Die kann ich nicht greifen. Aber das Glas kann ich greifen, das schon 20 Minuten steht. Da schauen wir mal, ob da die Frucht drin ist. Frucht, Frucht. Oh ja, ist so. Das riecht so ein bisschen wie Orange. So ein Spritzer Orange, süße Säure, aber vor allem auch so ein bisschen Abrieb von Orange. In die Richtung geht es. Und das ist jetzt bei dem, der länger steht, relativ intensiv. Setz das mal in Anführungszeichen. Es ist ein ganz, ganz milder. Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Aber mega komplex ist er halt auch nicht. Was mir jetzt am besten gefällt, durch die Zeit an der Luft, ist diese Orangenaromatik. Klasse. Aber der riecht unfassbar mild. Also wie riecht denn dann der 40 Volumenprozenter? Der kommt mir mit 43,2 schon wie 40 vor. Wässrig. Ui, ziemlich säuerlich im ersten Antritt. Ist keine Orange, das erinnert mich total an eine Mandarine. So wie die riecht, wenn du sie schälst. Kriegst du zu Nikolaus in deinen Stiefel mit rein, schälst du dir eine Mandarine, isst sie dann. Und genau das ist so das Feeling im ersten Antritt. Diese Fruchtsüße, diese Fruchtsäure, einwandfreie Mandarine. Finde ich ziemlich nice. Dann kommt aber auch so ein bisschen die Herbe von der Schale mit dazu. Und dann kommt auch dieses Getreide vom Grain an sich, das sich die Herbe schnappt und die so ein bisschen befeuert. Hast du denn eine gewisse Grundsüße, die das als Basis trägt? Die geht auch hier so in die Richtung Puderzucker. Vielleicht ist es auch ein bisschen Marshmallow. Hinten raus ein zartes Gewürz und ein Müh-Eiche. Also locker flockig auf der Zunge, genau wie es in der Nase war. Nicht mega spektakulär, aber gut in der Preisklasse 25 Euro. Na gut, was heißt in der Preisklasse? Ich meine für 25 Euro kriegst du auch schon ein paar Single Malt Whiskys. Also da muss der Blend jetzt auch in gewisser Art und Weise abliefern. Ist so. Und wenn du das dann so berücksichtigst, ne? Nimm dir mal ein paar günstige Single Maltes. Jo, die sind dann schon ein bisschen besser als der. Er ist nicht schlecht, aber er ist halt sau einfach. Und hätte diese tolle Mandarinen-Note nicht, die ich jetzt sehr deutlich rieche, ja, da wäre mir jetzt so langweilig. Ist ja eigentlich so auch. Trinkt sich gut, aber ist jetzt kein großes Kino. Ja, diese Mandarine finde ich am besten. Finde ich am besten. Alles andere ist okay, ne? Weil wenn dann die Schale von der Mandarine übernimmt, diese Herbe dazukommt und dann das Getreide einsetzt, sich die Herbe schnappt und die halt auch so ein bisschen befeuert und die Eiche das eigentlich auch mit tut. Hinten raus ist er dann relativ schnell weg. Sang- und klanglos klingt der aus. Ja, also wer wirklich Bock auf die Flasche hat und will den mal probieren, ich empfinde den 43,2 Volumenprozenter schon als sehr mild und sehr leicht. Wie schmeckt denn dann der 40er? Also der ist wahrscheinlich meiner Meinung nach total verwässert. Also wenn man Bock auf den Gold-Label mit rotem Etikett hat, dann sollte man den mit 43,2 nehmen für die 25 Euro. Man hat aber auch nichts verpasst, wenn man es nicht tut. Ganze trinken ist aber auch nichts, was mir die Kappe vom Schädel reißt. Wenn ihr den Powers probiert habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch den zwölf Jahre alten John Slane oder vielleicht auch den mit den drei Schwalben drauf, weil der interessiert mich. Der hat aber glaube ich auch nur 40 Volumenprozenter und kostet 40 Euro. Also warum soll ich jetzt fast das Doppelte ausgeben für den Whisky, der von der Papierform genauso klingt? Sollen wohl ein paar Sherryfässer mit drin sein? Also wenn den jemand probiert hat, ja der nennt sich irgendwie 3 und dann das englische Wort für Schwalben, keine Ahnung was jetzt heißt, schreibt es mir gerne mal unten rein. Würde mich auf jeden Fall interessieren oder allgemein Erfahrungswerte zu Powers. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.